wieder so ein neuer einstieg dann auch dieser magix plex zz hd quickstopes unterleihen das wird nahmen die vierundfünfzig zu fürchten nicht böse gemeint aber du solltest dich da ist die manu war die rücke halt manchmal schon ein bisschen nach weg meine ich ja der hat recall die wollte ich jetzt gerade ausprobieren jetzt habt ihr mir voll den spaß dran verdorben ist trotzdem gut ja ja ist abgesichert ist die dann mit dem griff nicht war oder trotzdem noch die hat auch übel kraft eigentlich hier ist gar keine ja ich war ja irgendwie vom wasserfall wasserfall der ist drinnen in der villa die kommen auf b der ist villa eine villa gerade eingelaufen habt ihr die villa wir haben bravo verloren habe ich kämpfer ausgeschaltet hat sie gesagt oh mein gott zwei in dem komischen gebäude wir haben charlie jungs sichern bei uns am sporn war einer ich bin one form back alter one form auch eine einladung bekommen ah fuck ich wollte noch weg wusten wir haben charlie verloren wir haben charlie verloren älter was vollstreiker abschuss hey war doch einer ne wollen wir A einnehmen oder C wir verlieren B jetzt bei C schon sichern C kalt gemacht Achtung feindliche konterdrohne ist aktiv charlie ist abgesichert feindliche drohne nähert sich hier in der grotte bei C schon wieder drin was hat denn der da für eine waffe ich ey er kriegt zwei bürste alter voll verlieren schon mit der charlie was ist da los ah nein lol wir müssen charlie machen leute wir haben B kriegt die charlie hin oder ist er gekommen ja ich bin allein bei charlie ja ich komm ich komm ich will nur den in der mitte ja ich habe es alleine gemacht ja ich bin stolz auf dich schreiber schreiber wooh scheiße kam nicht weg übel viel los bei B da ne einer müsste ja hinter uns sein ach sag ich doch ich habe schon gesehen wie er in seiner Einzelzeit zerflogen ist ups auch mal kurz die laufen über unseren spawn richtung c oder gehen in die villa rein wie auch in der mitte in der mitte er will an der fall die gehen abc hier ich gehe hat sie erledigt ich will er noch eine will er noch ein ja down der feind hat be naja man kann in die villa rein tauchen das wusste ich gar nicht cool einer will er noch eine will noch eine will er drinnen wir sind dominiert in die offensive gehen feindliche oh mein gott der kam aus dem wasserfall raus alles klar bestätige den abschuss nein da kam er echt rein noch villa in dem raum den habe ich aber aus dem wasserfall sie holen sich zee zurück woher der schön drohne nähert sich er ist vor was er bei ein 2 auf die wohnschutz knarren im c1 ja wir spawnen bei c jetzt sogar wir nehmen c1 da ist in der villa drinnen hast du immer noch dran da ist irgendetro wir verlieren b alle orte gesichert positionen halten wir verlieren alpha ja lol ah ok 2 navilla drohnen hab ich uuu das war übeles special schuss sag mal ist Marseille schon die ganze zeit da er hat das spiel verlassen sich bestimmt grad am knopf verirrt die falschen knöpfe gedrückt ja er ist auch zu 15% behindert also kann ja mal passieren kann ja mal passieren gb alle auf b einer sollte wenigstens a machen ich wollte grad dings rein machen hier mein temposchuh wie bei aw dann hab ich es ne stun geworfen ja gut links auf der bridge hab ich dann buchero sehr schön bravo gesichert er bitte drohnenunterstützung kommando er bitte drohnenunterstützung nochmal im wasser ist nochmal einer beim wasser da hab ich nochmal im wasser mit sniper wo villa raum richtung b er guckt da er ist runtergesprungen hab ich hab ich da ist immer noch einer oben bei der villa da eine traur einer lol das ding hab dich nur angehittet wo ist der bei A hier villa hab ich da hinten ist Wasserfall hab ich na lol eine A der kommt da ist jetzt einen in stairs hab ich verbündete Drohne nähert sich vollstrecker erledigt lol er schießt einfach durch die Tür durch gibt's doch nicht eckenschießen gibt's ja wieder durchsprayen du kannst wieder durchsprayen du kannst wieder durchsprayen bei der the water na einer wasserfall eine A die wollen auf A rauf also einen hab ich hier bei A einen hab ich da noch im Stunt gerade der ist erledigt ausgeschreitelt na er hebt mich schon ab verdammt vollstrecker erledigt vollstrecker erledigt oh mein gott oh mein gott er ist über den Zaun herklettert und ich bin in den Sturm verbündete Drohne nähert sich geil vollstrecker abschuss Annihilator bereit nein der muss doch sterben wenn ihr sagt wasserfall meint ihr den bei A oder den bei B B ok top einer auf B noch eine noch eine noch eine noch eine und der ist cool alter lol wasserfall ist einer bei B da geht einer in Villa rein wir verlieren B sind bei A gespawnt äh bei C gespawnt wir verlieren Alpha ja dann zu nein der C ist nur eine oh fuck alter ich dachte da ist keiner mehr oh den hab gelogen den hab ich schwornt den hab ich schwornt hey C gesichert bedrohung neutralisiert verbündete Drohne nähert sich da ist eine M8 sofort nehmen ey der kommt C Hülle ja ich hab den nein fuck würde ich jetzt noch treffen oh lol hinter uns hinter uns bei C ja ich na der war doch drauf der zweite vorne auch oh mein gott der von vorne hat mich getötet gut durch uns A auch sichern A wie kann ich denn nicht springen oooh was hat denn der da für ne Specialbuffe wie macht der One-Hit One-Hit oder One-Bomb oh die BOMB der erledigt alter alle CDP Einheiten ausgeschaltet hat vier Schüsse die Masse keine Herausforderung hm 21 Tode, viel zu viel. 22 Tode, viel zu viel.